moin moin und hallo heute möchte ich gerne zeigen wie ich einen windows 10 rechner optimieren kann und zwar mit bordmitteln erstes ding ist wir öffnen explorer der explorer ist für den interne bewegung da nun gehen wir in dem reiter dieser pc da klicken wir einfach mit dem linken maustaste drauf und dann sehen wir unser operation system in dem fall ist alles auf einer festplatte dort rechtsklick und dann gehen wir auf die eigenschaften dieses datenträgers nun hat uns windows 10 dort ein paar tools zur verbindung gegeben hier sehen wir erstmal belegte speicher freier speicher alles cool und dann steht da diverse sachen um steht tools hardware freigabe aber unten steht erstmal bereinigen das ist der erste anlauf freund und da können wir jetzt kontrolliert diverse sachen bereinigen heruntergeladen programm dateien temporäre dateien internet dateien windows fehlberichte etc wichtig ist dass ihr dort nicht einfach alles auswählt sondern ihr müsst ein stabil laufendes system haben vor allen dingen nach dem letzten windows update sollte alles recht normal vonstatten gehen auch wenn es langsamer ist klar ihr solltet darauf achten dass ihr alle dateien aus dem download ordner wirklich nicht mehr braucht und auch aus dem papierkorb der manchmal sehr voll ist dass ihr die wirklich nicht mehr benötigt so das solltet ihr euch einfach nur vorher ins gewissen holen weil wir löschen die ja jetzt alle und nun kann man da im prinzip alles auswählen und dann auf bereinigen klicken und dann würden alle sachen gelöscht werden beziehungsweise alles optimiert automatisch das ist eine cooles feature wo windows 10 was die dort mitbringen und dann fängt er halt an den datenträger zu bereinigen die und die ganzen sachen zu löschen die wir vorher ausgewählt haben das sind zum beispiel temporäre dateien das sind ausladung dateien die das system an anlegt wenn es etwas runtergeladen hat oder wenn es programme mit hilfsprogramm startet dann sind da zum beispiel alte windows updates backups drauf die werden dadurch dann auch vernichtet und deshalb sagte ich ja euer system sollte schon recht gut funktionieren weil wir jetzt ja auch die sicherungs dateien entfernen und im notfall dort drauf nicht mehr zurück könnten deshalb immer vorher gucken wenn alles rund läuft aber nicht mehr schnell weil wir wollen es ja etwas optimieren unser system mit dem besagten bordmittel und anderes machen die so vieles anders machen die software lösung auch nicht die bringen die software lösung bringen eigentlich nur euch das unter einem komfortablen programm aber im hintergrund wenn die gleichen specs abgerattert dies dann noch gibt es gibt dann noch ein paar versteckte sachen man könnte zum beispiel die freeze time in der registrier untersetzen damit eure ordner sich schnell laufen aber das ist glaube ich jetzt zu komplex es sollte einfach nur der einfach mit bordmitteln da euer windows 10 zu beschleunigen wenn zum beispiel der der booten das starten des computers sehr lange dauert etc dann könnt ihr das hier alles durchführen so also wir sehen windows update bereinigung windows defender antivirus etc alle möglichen sagen könnt ihr auswählen und dann unten einfach auf ok drücken und dann geht das los dann wird alles angemacht ihr könnt aber auch einzeln auswählen und dort auch dann gezielt löschen wenn ihr zum beispiel ganz viel schiss habt dass danach nicht mehr laufen könnt dann geht ihr einfach vor dass die einzelne dateien wie beim ersten schritt auswählt und diese dann löschen oder im zweiten schritt habe ich jetzt gezeigt alles auswählen und unten auf ok und dann müsst ihr noch mal bestätigen und dann wird alles weggeballert was ihr temporär nicht mehr benötigt alte downloads der papierkorb ist oft gefüllt und wird nicht gelernt vor allen dingen bei modernen windows system wo er nicht mehr so viel über das desktop arbeitet und kein papierkorb mehr vor der nasa dann vergisst man oft dass der papierkorb immer überquillt weil es wird ja nicht angezeigt dass der papierkorb überquillt außer wenn euer system oder eure festplatte randvoll ist das ist auch noch mal eine sache wenn wie hier 917 gigabyte die speicherkapazität ist und ihr schon bei 900 wert wenn da dann steht nur noch fünf gigabyte frei anstatt 830 gigabyte wie jetzt gerade dann wird ein system auch langsamer dann solltet ihr euch auch überlegen ob ihr programme bilder musik oder andere dateien löschen wollt die ihr schon lange nicht mehr benutzt habt oder die ihr vielleicht sogar outsourcen können mit einem usb stick mit einem mit einer flash karte mit einem flash speicher irgendetwas könntet ihr dann nehmen dieses verbinden mit einem windows pc und dann gezielt die daten ausschneiden das könnt ihr ganz einfach mit draufklicken steuerung x dann auf den folder gehen also auf die auf die date auf die datei in eurem usb laufwerk zum beispiel und dann schmeißt ihr das darüber dann sind die dateien von windows 10 pc weg und sind dann auf dem usb speicher dadurch setzt ihr nämlich die auslastung des systems im speicherbereich auch unter ok während das jetzt im hintergrund bereinigt gehen wir auf den desktop drücken dort und in der tastleiste rechtsklick und gehen mal in den task manager der task manager zeigt euch an prozesse leistungen apps und auto start wenn ihr dort im auto start sachen habt zu viele sachen drin habt die geladen werden beim computer start das bremst euer system aus einfach wie hier zum beispiel den stream den steam klein bootstraver haben gerade deaktiviert rechtsklick deaktivieren oder das one drive wenn das startet automatisch und das muss nicht unbedingt sein dort könnt ihr jetzt auch wieder hingehen und euch ran tasten weil manche sind wichtig für euch und manche sind nicht so wichtig deshalb geht also hin und deaktiviert einzelne oder welche wo ihr genau wisst dass sie die nicht braucht wie zum beispiel dell mobile connect startup etc wenn ihr das nicht unbedingt braucht bei jedem bei jeder inter bei jeder computersitzung dann könnt ihr das im auto start vom task manager erstmal ausschalten dadurch bootet euer system nämlich schneller und lädt ja nicht dieses programm im hintergrund dadurch ist euer computer auch wieder schneller das ist vor allen dingen wichtig bei etwas betagteren so ungefähr fünf bis zehn jahre alten computern ist das sehr sinnvoll also rechtsklick und dann test manager öffnen super nächstes ding windows taste drücken beziehungsweise auf windows dann gebt ihr unten einfach systemsteuerung ein oder system eigenschaften ist noch besser über die systemsteuerung könnt ihr euch auch um die system eigenschaften navigieren aber wenn ihr direkt system eigenschaften unten eingibt einfach mit etwas tutu dann wird direkt die systemeigenschaften gestartet dort sehen wir jetzt euren pc selber das sind infos das ist ein inspiration sie im sieben geräten name prozessor verbaut ist die rahmens etc und hier oben sind die infos ihr pc überwacht und geschützt das ist wichtig dass da überall häkchen sind weil das würde euer system auch wieder langsamer machen so mit dem gleichen system wie gerade gehen wir jetzt mal in die normalen einstellungen dann gehen wir auf apps und features das könnt ihr auch direkt in der suche eingeben apps und features features und dann werden uns nämlich die installierten apps sprich die programme auf windows 10 computer angezeigt und dort können wir diese nämlich dann entfernen deinstallieren das ist wichtig weil installierte programme brauchen wieder speicher und wer speicher braucht macht unser system langsamer ergo gehen wir auf apps features und holen uns dann dort einmal jedes programm raus und gucken uns an brauchen wir das ist mir das ein begriff ist das okay dass es drauf ist etc zum beispiel wir suchen uns jetzt mal etwas um demonstrativ zu deinstallieren ihr geht dann auf den reiter der besagten app und diese öffnet sich dann und dann könnt ihr verschieben oder deinstallieren lass uns mal das programm hier magst du solitärer collection deinstallieren als beispiel und da dauert es einen moment und fertig es gibt auch größere programme wo ihr dann einfach noch auswählen müsst ja behaltet die alten daten oder nicht aber dann seid ihr wieder ein bisschen schneller dann gehen wir mit autostart das geht dort auch wie in einem task manager vorher könnt ihr dort das dann auch im autostart entfernen so die bereinigung im hintergrund seht ihr ist fertig ausgezeichnet und dann können wir dies auch wieder acta legen das sind schon mal so viele tipps wie möglich die einfach auszuführen sind wenn wir jetzt auf dieser pc noch mal gehen und in die eigenschaften reinsetzen dann können wir noch mehr gucken wir haben dort nämlich auch tools fehler überprüfung zum beispiel wenn euer laufwerk fehler aufweist oder die defragmentierung dann werden fragmente auf eurem datenträger noch mal ein bisschen verschoben und optimiert aber guckt erst wie viel fragmentiert ist um weil das dauert sehr lange vor allem bei großen platten das gibt euch auch noch mal einen kleinen boost und ich denke mal ich habe auch noch ein bisschen was vergessen aber das sollte jetzt erst mal reichen dann sage ich vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal zu tun